Ein Blick hinter die Kulissen ist immer spannend, umso mehr, wenn dafür eine eigene Backerlebniswelt geschaffen wurde. Familien von nah und fern schätzen die Möglichkeit, gemeinsam für einen Tag in die Welt des Brotes einzutauchen. Im Bäckerkino sieht man Spannendes und Wertvolles aus der Vergangenheit. Ein Filmerlebnis für die ganze Familie. In der goldenen Backstube wird gemeinsam das handwerkliche Geschick erprobt. Flesserl flechten schnell gelernt, für Groß und Klein. Fachkundige Haubis-Mitarbeiter führen durch die Erlebniswelt, die für Kinder und Erwachsene lustige, spannende und lehrreiche Erlebnisse bietet. Große Fenster geben den Blick frei auf die Brot- und Gebäckproduktion von Haubis. Puzzles regen die Fantasie der Kinder an. Alle Sinne werden bei dem Rundgang genussvoll verwöhnt. Mit viel Freude und Neugierde wird alles erforscht und ausprobiert. Einfach zum Wohlfühlen bei Haubis. Die Konditorei verwöhnt die Besucher mit einer süßen Kostprobe und macht neugierig auf so manche andere Überraschung. Nach dem eindrucksvollen Rundgang durch die Welt des Brotes kann man sich im Lebkuchenhaus so richtig verwöhnen lassen und die regionale Küche genießen. Will man ganz entspannt einen Kaffee genießen, dann ist die Kinderbackstube mit dem integrierten Spielplatz das richtige für den Nachwuchs. Hier lernen Sie unter fachkundiger Hilfe das Backen und genießen einen liebevoll eingerichteten Spielplatz. Entspannung pur für die ganze Familie. Mit dem selbstgeflochtenen und frisch gebackenen Mundflesserl geht es dann auf die Heimreise. Haubi Versum – Ihr Top-Ausflugsziel in Österreich.